An deiner Stelle würde ich mir um Bärchens Nervensorgen machen. Ist ein bisschen Reiz bei der Gute heute. Ja, weil du so aggressiv bist. Kommst du mit deiner Laune rein? Hey, meine Laune ist super. Na, Glückwunsch. Du hast es wieder geschafft. Was ist denn los? Ist doch sonst nicht so. Ja, war's wohl. Sie sind sieben heute. Hättest du mir mal vorher sagen können. Bis ich sonst so einen Frauen verstehe. Was ist das Paradies auf Erden? Scheiße. Ich will, dass du einen Adztest machst. Ist doch lächerlich. Ach ja? Was? Was ist so toll an den Frauen in Trinidad? Oh, mein Gott. Was ist so toll? Sie führen kein Gespräch wie dieses. Und? Das war ich da. Hey, Coco. Hier ist mein Baby. I am a business owner. I run a restaurant in Abbassard called Mitch Mellis. I've had it for five years. I'm also the president of the Abbassard Downtown Business Association. Look. Look. This company, we started two years ago. We built it up to this point. And we launched this week. And we launched this week. Untertitelung des ZDF, 2020